Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Kapitel 8, die Reise zurück, Nummer 7, der Körper als Kommunikationsmittel, seit 150 bis 154. Angriff ist immer physisch. Wenn Angriff in irgendeiner Form in deinem Geist Einlass findet, dann setzt du dich mit einem Körper gleich, denn so deutet das Ego den Körper. Du brauchst nicht physisch anzugreifen, um diese Deutung zu akzeptieren. Du akzeptierst sie einfach durch den Glauben, Angriff könne dir etwas verschaffen, was du willst. Glaubtest du das nicht, so hätte die Idee des Angriffs keine Anziehungskraft für dich. Wenn du dich mit einem Körper gleichsetzt, so wirst du immer Depression verspüren. Wenn ein Kind Gottes so über sich denkt, dann setzt es sich herab und sieht seine Brüder als ebenso herabgesetzt an. Da es sich nur in ihnen finden kann, hat es sich selbst von der Erlösung abgeschnitten. Denke daran, dass der Heilige Geist den Körper nur als Kommunikationsmittel deutet. Da er das Verbindungsglied zwischen Gott und seinen getrennten Söhnen ist, deutet der Heilige Geist alles, was du gemacht hast, im Licht dessen, was er ist. Das Ego trennt durch den Körper. Der Heilige Geist dehnt sich durch ihn zu anderen aus. Du nimmst deine Brüder nicht wie der Heilige Geist wahr, weil du Körper nicht ausschließlich als Mittel betrachtest, um Geister zu verbinden und sie mit dem Deinen und dem Meinen zu vereinen. Diese Deutung des Körpers wird dein Denken über seinen Wert völlig verändern. Von sich aus ist er wertlos. Setzt du den Körper zum Angriff ein, so ist er für dich schädlich. Nutzte ihn nur dazu, den Geist jener zu erreichen, die Körper zu sein glauben und sie durch den Körper zu lehren, dass es sich nicht so verhält, dann wirst du die Macht des Geistes verstehen, die in dir ist. Setzt du den Körper dafür und nur dafür ein, dann kannst du ihn nicht zum Angriff brauchen. Im Dienste des Vereins wird er zu einer wunderschönen Lektion in Kommunion, die so lange Wert hat, bis Kommunion ist. Das ist die Art, wie Gott etwas entgrenzt, was du begrenzt hast. Der Heilige Geist sieht den Körper nicht wie du, weil er weiß, dass die einzige Wirklichkeit von irgendetwas im Dienst besteht, den es Gott um der Funktion willen erweist, die er ihm gibt. Kommunikation beendet die Trennung. Angriff fördert sie. Der Körper ist schön oder hässlich, friedlich oder brutal, nützlich oder schädlich, je nachdem, wie er eingesetzt wird. Und im Körper eines anderen siehst du, zu welchem Zweck du deinen eingesetzt hast. Wenn der Körper zu einem Mittel wird, das du dem Heiligen Geist gibst, damit er ihn für die Vereinigung der Sohnschaft verwende, dann wirst du Physisches nur als das sehen, was es ist. Setze ihn für die Wahrheit ein, und du wirst ihn wahrheitsgemäß sehen. Missbrauche ihn, und du wirst ihn missverstehen, denn du hast dies bereits dadurch getan, dass du ihn missbraucht hast. Deute irgendetwas getrennt vom Heiligen Geist, und du wirst ihm misstrauen. Das wird dich zu Hass und Angriff und zum Verlust des Friedens führen. Dabei rührt aller Verlust nur von deinem eigenen Missverständnis her. Jegliche Art von Verlust ist unmöglich. Doch siehst du einen Bruder als ein körperliches Wesen an, so sind seine Kraft und Herrlichkeit für dich verloren und ebenso die deinen. Du hast ihn angegriffen, aber zuerst musst du dich selber angegriffen haben. Zieh ihn, um deiner eigenen Erlösung willen, die ihm die Seine bringen muss, nicht auf diese Weise an. Gestatte ihm nicht, sich in deinem Geist herabzusetzen, sondern gib ihm Freiheit von seinem Glauben an die Kleinheit und entrinne dadurch dem Deinen. Mit einem Teil von Gott selbst zu kommunizieren heißt, jenseits des Himmelreichs seinen Schöpfer zu erreichen, durch seine Stimme, die er als Teil von dir eingesetzt hat. Freue dich denn, dass du von dir aus nichts tun kannst. Du bist nicht von dir selbst. Er, von dem du bist, hat deine Kraft und Herrlichkeit für dich gewollt, mit denen du seinen heiligen Willen für dich vollkommen erfüllen kannst, wenn du ihn für dich annimmst. Er hat dir seine Gaben nicht entzogen, du aber glaubst, dass du sie ihm entzogen hast. Lass keinen Gottessohn um seines Namens Willen verborgen bleiben, weil sein Name deiner ist. In der Bibel steht, das Wort oder der Gedanke ward Fleisch. Genau genommen ist das unmöglich, da es die Übersetzung einer Rangordnung der Wirklichkeit in eine andere zu beinhalten scheint. Verschiedene Rangordnungen der Wirklichkeit existieren nur scheinbar, genau wie verschiedene Rangordnungen der Wunder. Das Denken kann nicht Fleisch werden, außer durch den Glauben, da das Denken nicht körperlich ist. Das Denken aber ist Kommunikation und dafür kann der Körper verwendet werden. Das ist die einzige natürliche Verwendung, die ihm gegeben werden kann. Den Körper unnatürlich anzuwenden heißt, den Zweck des Heiligen Geistes aus den Augen zu verlieren und damit das Ziel seines Lehrplans misszuverstehen. Es gibt für einen Schüler nichts Entmutigenderes als einen Lehrplan, dem er nicht folgen kann. Sein Gefühl der Zulänglichkeit leidet darunter und er muss sich deprimiert fühlen. Mit einer unmöglichen Lernsituation konfrontiert zu sein, ist die deprimierendste Sache der Welt. Das ist in der Tat letztendlich der Grund dafür, weshalb die Welt selbst deprimierend ist. Der Lehrplan des Heiligen Geistes ist niemals deprimierend, weil es ein Lehrplan der Freude ist. Jedes Mal, wenn Depression die Reaktion auf Lernen ist, liegt das daran, dass das wahre Lernziel aus den Augen verloren wurde. In dieser Welt wird nicht einmal der Körper als ganz wahrgenommen. Sein Zweck wird als in viele Funktionen fragmentiert angesehen, die wenig oder gar nicht in Beziehungen zueinander stehen, sodass es aussieht, als beherrsche ihn das Chaos. Wird er vom Ego gelenkt, dann ist das so. Vom Heiligen Geist geführt ist es nicht so. Er wird zu einem Mittel, wodurch der Teil des Geistes, den du vom reinen Geist zu trennen suchtest, über seine Verzerrungen hinausgelangen und zum reinen Geist zurückkehren kann. Dadurch wird der Tempel des Ego zum Tempel des Heiligen Geistes, wo Hingabe an ihn die Hingabe an das Ego ablöst. In diesem Sinn wird der Körper tatsächlich zu einem Tempel für Gott. Seine Stimme wohnt in ihm, indem sie die Verwendung lenkt, die ihm gegeben wird. Heilung ergibt sich daraus, dass der Körper einzig und allein zur Kommunikation eingesetzt wird. Da das natürlich ist, heilt es dadurch, dass es ganz macht, was auch natürlich ist. Jeder Geist ist ganz, und der Glaube, ein Teil davon, sei physisch oder nicht Geist, ist eine fragmentierte oder krankhafte Deutung. Man kann den Geist nicht physisch machen, doch kann er durch das physische Manifest gemacht werden, wenn er den Körper dazu benutzt, über sich hinaus zu gehen. Indem er nach außen geht, dehnt der Geist sich aus. Er hält nicht beim Körper inne, denn tut er das, so ist er in seinem Zweck blockiert. Ein Geist, der blockiert worden ist, hat zugelassen, dass Angriff ihn verletzen kann, weil er sich gegen sich selbst gewandt hat. Die Beseitigung von Blockaden ist also der einzige Weg, um Hilfe und Heilung zu gewährleisten. Hilfe und Heilung sind die normalen Äußerungen eines Geistes, der durch den Körper wirkt, aber nicht in ihm. Glaubt der Geist, der Körper sei sein Ziel, so verzerrt er seine Wahrnehmung des Körpers und dadurch, dass er seine eigene Ausdehnung über den Körper hinaus blockiert, löst er Krankheit aus, indem er Trennung fördert. Den Körper als separates Gebilde wahrzunehmen, muss zwangsläufig Krankheit fördern, weil es nicht wahr ist. Ein Kommunikationsmittel verliert seine Nützlichkeit, wenn es für etwas anderes verwendet wird. Ein Kommunikationsmittel als Mittel zum Angriff einzusetzen, ist eine offensichtliche Verwechslung seines Zweckes. Kommunizieren heißt sich verbinden und Angreifen heißt sich trennen. Wie kannst du beides gleichzeitig mit dem gleichen Ding tun und nicht leiden? Die Wahrnehmung des Körpers kann nur durch eine Zielsetzung vereinheitlich werden. Das befreit den Geist von der Versuchung, den Körper in vielerlei Licht zu sehen und übergibt ihn gänzlich dem einen Licht, in dem er wirklich verstanden werden kann. Ein Lernmittel mit einem Lehrziel zu verwechseln, ist eine grundlegende Verwechslung, die das Verständnis beider blockiert. Lernen muss über den Körper hinaus zur Wiedereinsetzung der Macht des Geistes in ihm führen. Das lässt sich nur dann erreichen, wenn der Geist sich zu anderen Geistern ausdehnt und sich selbst in seiner Ausdehnung nicht hemmt. Diese Hemmung ist die Ursache aller Krankheit, weil nur Ausdehnung die Funktion des Geistes ist. Das Gegenteil von Freude ist Depression. Fördert dein Lernen Depression statt Freude, so hörst du sicher nicht Gottes freudigen Lehrer und lernst nicht seine Lektionen. Einen Körper als irgendetwas anderes als ein Mittel zur Kommunikation zu sehen, heißt deinen Geist begrenzen und dich selbst verletzen. Gesundheit ist deshalb nichts anderes als ein geeinter Zweck. Wenn der Körper dem Zweck des Geistes unterstellt wird, wird er ganz, weil der Zweck des Geistes eins ist. Angriff kann nur ein angenommener Zweck des Körpers sein, weil der Körper unabhängig vom Geist gar keinen Zweck hat. Du wirst vom Körper nicht begrenzt und der Gedanke kann nicht Fleisch werden. Doch kann der Geist durch den Körper manifestiert werden, wenn er über ihn hinausgeht und ihn nicht als Begrenzung deutet. Jedes Mal, wenn du einen anderen als vom Körper begrenzt oder auf ihn begrenzt siehst, erlegst du dir diese Begrenzung selber auf. Bist du gewillt, das zu akzeptieren, wenn der ganze Zweck deines Lernens doch der sein sollte, Begrenzungen zu entrinnen? Den Körper als ein Angriffsmittel zu begreifen und zu glauben, daraus könnte etwa Freude entstehen, ist ein deutlicher Hinweis auf einen schlechten Schüler. Er hat ein Lernziel akzeptiert, das in offensichtlichem Widerspruch zum einheitlichen Zweck des Lehrplans steht. Dazu noch eines, das seine Fähigkeit beeinträchtigt, diesen Zweck als den Seinen anzunehmen. Freude ist ein einheitlicher Sinn und Zweck und ein einheitlicher Sinn und Zweck ist einzig von Gott. Wenn der Deine einheitlich ist, dann ist es seiner. Glaube, dass Du seinen Sinn und Zweck beeinträchtigen kannst und Du brauchst Erlösung. Du hast Dich selbst verurteilt, Verurteilung aber ist nicht von Gott. Daher ist sie nicht wahr. Ebenso wenig sind irgendwelche ihrer scheinbaren Folgen wahr. Wenn Du einen Bruder als Körper siehst, verurteilst Du ihn, weil Du Dich selbst verurteilt hast. Wenn aber jede Verurteilung unwirklich ist und sie muss unwirklich sein, da sie eine Form des Angriffs ist, dann kann sie keine Folgen haben. Erlaube Dir nicht, an den eingebildeten Folgen dessen zu leiden, was nicht wahr ist. Befreie Dein Geist vom Glauben, dass das möglich sei. In dessen völliger Unmöglichkeit liegt Deine einzige Hoffnung auf Befreiung. Welche andere Hoffnung könntest Du denn wollen? Freiheit von Illusionen liegt nur darin, dass Du sie nicht glaubst. Es gibt keinen Angriff, aber es gibt unbegrenzte Kommunikation und daher unbegrenzte Macht Macht und Ganzheit Die Macht der Ganzheit ist Ausdehnung. Halte Dein Denken nicht in dieser Welt zurück, dann wirst Du Deinen Geist für die Schöpfung in Gott öffnen. Dein Pause Dein Dein